Ich will Abschied nehmen. Für uns. Mach's gut, Hagen. Ich hab die ganze Zeit gedacht, ich bin noch nicht so weit, aber... ...grad hab ich gar keine Angst mehr. Was ist das denn? Das lag in seinem Kinderwagen. Ich weiß, dass du in der Küche dabei warst. Das ist die Adresse der Apotheke, in der das Medikament gekauft wurde. Sie gehört einem gewissen Herrn, Bernhard Steil. Hansgert, ich mach dich fertig. Ich bring dich ins Gefängnis, und ich werde dafür sorgen, dass die dich nie wieder rauslassen.